Eine meiner absoluten Lieblingsserien auf Amazon Prime hat jetzt gerade eine dritte Staffel bekommen, nämlich Upload. Worum geht es in Upload? Prinzipiell, also die Grundidee ist ganz einfach. Es geht darum, dass man, wenn man stirbt, dass man dann quasi in einen digitalen Himmel kommt. Also ein digitales Leben nach dem Tod, wo man quasi die Seele einfach ins Jenseits uploaden kann. Man nimmt die Erinnerungen mit, die Gefühle. Das wird alles hochgeladen in ein Luxus Jenseits, wenn man es sich leisten kann. Willkommen in Lakeview von Horizon. Das einzige digitale Leben nach dem Tod, welches im spätviktorianischen Stil gestaltet wurde. Ich hoffe, Sie finden es nicht so Ralph Laurel-mäßig. Ethan stirbt bei einem Tautounfall und wird eben hochgeladen in dieses Fünf-Sterne-Jenseits. An seiner Seite ist die Assistentin Nora. Also die ist so quasi wie sein Engel. Die verliebt er sich dann auch. Und in Staffel 3 kriegt er jetzt dann sogar die Chance auf ein echtes Leben mit ihr. Ich will gar nicht zu viel verraten. Lasst euch ein auf diese Serie. Sie ist wirklich kaum mit einer anderen Serie zu vergleichen und kriegt darum 10 von 10 virtuellen Couch-Punkten. Und das ist so sehr erste was, wie Sie sehen, wie Sie sehen, wie Sie die Arke aufs. So wie Sie sehen, 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 wie Sie sehen.